Heute mischen wir mal die Farbe ganz anders und zwar mit der Farbtönenmaschine. Ihr habt gerade gesehen, es sind nur ganz kleine Farbspritzer hinzugefügt worden. So, dann kommen wir zur folgenden Frage. Welche Farbe wird am Ende entstehen? Und jetzt kommt die Farbe in die Schüttelabteilung für eine Minute. Ich liebe diesen Teil hier. Es ist fast wie Hypnose. In der Zeit könnt ihr erraten, welche Farbe am Ende entstehen könnte. Ich gebe euch mal einen Tipp. Dieser Farbton passt zu einer Diva. So, jetzt ist das Schüttel zu Ende. Welche Farbe ist letztendlich entstanden? Es ist die Farbe Diva 25. Würdet ihr euch so eine Farbe an die Wand streichen?